Also ich freue mich natürlich riesig, dass die LKZ die Autoschau hier in Rutesheim macht. Das ist für mich eine klassische Win-Win-Situation. Das belebt unsere Stadt. Und die ganzen Gespräche, die wir jetzt heute Morgen gemeinsam geführt haben, auch mit Herrn Reichert von der Kreiszeitung, die waren sehr positiv. Die Aussteller sind sehr zufrieden, die erzählen hier von einer Kundschaft, die nicht bloß kommt und guckt, sondern die auch kaufen und die sehr interessiert sind. Und so ist es praktisch für uns schön, weil unser Städtchen lebt. Es ist für die Aussteller schön, weil sie ein Geschäft machen, weil sie auch mit ihren Kunden ins Gespräch kommen. Und es ist für die LKZ natürlich schön, weil sie ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende hier haben. Einfach eine tolle Veranstaltung, die wir als Stadt wirklich sehr gerne unterstützen. Diese Räume hier sind ideal. Marktplatz, Stadtmitte. Profitieren wirklich alle davon. Vielen Dank.